Prozent 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 Jona Tüter bin ich wieder um ja und ihren mit Sicherheit ist zu wenn ihr meine Ballet uns gelesen habt oder vielleicht wie auch nicht das war ich ja weg das ist doch keine Videos gekommen in der letzten Zeit aber jetzt werde ich hier ein bisschen mehr hochladen aber darum geht es ja gar nicht und zwar habe ich hier das Video wo ihr mich finden könnt habe ich draus genommen und dafür dieser Links hier eingefügt ist jetzt ein bisschen mehr und zwar habe ich jetzt auch noch einen Twitter Account hier wenn ihr wollt dürft ihr mir folgen wenn ihr nicht wollt braucht ihr es nicht machen also ja schon nett und das war mein erster Twitter die nicht gepostet habe das erste Mal wo ich getwittert habe ich habe es einfach ausprobiert weil ich kam noch nicht so klar aber gut dann gibt es natürlich die Facebook Fanpage das ist diese hier da dürft ihr auch einfach mal auf gefällt mir klicken ich mach das jetzt nicht weil ich mir doch nicht selber gefallen will oder doch nee lieber nicht so dank das noch die Homepage die kennt ihr mit Sicherheit jetzt habe ich auch ein Formspring Account das ist das hier ich habe kein eigenes Bild erstellt weil ähm auf Formspring ist das so komisch da komme ich damit irgendwie nicht klar ich hatte zwar eins habe ich aber gelöscht weil es nicht so aussah wie ich es haben wollte deshalb habe ich einfach das hier genommen da ja was könnte ich auch Formspring machen ihr könnt mir hier einfach eine Frage stellen da steht hier irgendwie Ask Question oder so dann tippt ihr da ein was wir haben wenn ihr euch fragen wollt mir egal was das kann auch sinnlose Fragen sein aber ja und dann würde ich die beantworten weil es können ja noch nicht so viele werden und ich werde dann alle beantworten die ich kriege jo kommen wir zum nächsten mein Nextbox Live Account da dürft ihr mich auch hätten das wisst ihr aber schon so deshalb lade ich das jetzt nicht extra und nun kommen wir zu der Umfrage die ich gestartet hatte also zur Auswahl hattet ihr also was ich als nächstes Netz planen soll da gab es einmal Mirror's Edge Section 8 Call of Duty 1 Bulletstorm Prince of Persia die vergessene Zeit S.A.S. Secure Tomorrow Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 und Night Sky und ach ne das wird schon nicht zu laut sein denke ich mal wenn doch dann werde ich es einfach leiser machen oder so und mal schauen es wurden 5 Stimmen abgegeben überrascht mich nicht ich habe ja auch noch nicht so viele Abonnenten 20% für Section 8 20% für Prince of Persia und der glückliche Gewinner ist Call of Duty 1 ja dann das wird dann demnächst kommen die Umfrage werde ich dann beenden also stoppen auf der Seite ja das werde ich dann halt wie gesagt als nächstes machen entweder nachdem ich das fertig habe also Super Meat Boy oder Assassin's Creed mal schauen vielleicht werden sie es auch schon früher machen ich weiß es nicht aber ja mehr wollte ich euch gar nicht sagen oder hm ich muss immer überlegen das so ein Abonnent fehlt noch dann kommt das 50 Abonnenten Special 100 Video Special werde ich nicht machen wollte ich eigentlich erstmal machen aber ne ne das ist ja nicht wirklich was besonderes das erreicht jeder Let's Player wenn er Videos hoch lädt halt deshalb werde ich da nichts zu machen hatte ich zwar vor hat mir auch ein Abonnent vorgeschlagen aber ne so ja dann tschau Leute bis denn nach dem zum 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 Vielen Dank.